Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Freude und Erleichterung sind unsere Gefühlslagen, wenn wir über die Haftentlassung von Denis Yücel empfinden. Aber wir tragen auch Sorge in uns in Bezug auf all diejenigen Journalisten, die noch in der Türkei inhaftiert sind und in jüngster Zeit auch zu langen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Von dieser Stelle sei erinnert, die Türkei ist Vertragspartner der Europäischen Menschenrechtskonvention. Als solche sind Presse- und Meinungsfreiheit wesentliche Bestandteile dieses Vertragswerks. Auch daran muss sich die Türkei halten. Und wenn wir über die Bewertung der Arbeit von Denis Yücel durch Politiker der AfD sprechen, dann kam man nicht daran vorbei, dass die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel gesagt hat, Yücel ist weder Journalist noch Deutscher. Das ist deswegen besonders niederträchtig und empörend, weil die Staatsangehörigkeit dazu führt, dass jemand in die Werte- und Verantwortungsgemeinschaft unseres Landes eintritt. Wer allerdings jemandem die Staatsangehörigkeit abspricht, wegen seiner Herkunft oder wegen seines Aussehens, der muss wissen, dass es sich außerhalb des Verfassungsbogens bewegt. Die Äußerungen von Denis Yücel über viele Jahre journalistischer Arbeit kenne ich persönlich größtenteils nicht. Und die Äußerungen, die Sie in dem Antrag zusammengefasst haben, sind teilweise aus dem Kontext gerissen. Aber es kommt gar nicht darauf an, ob diese Äußerungen mir persönlich gefallen. Es wäre weder meine Sprache noch mein Inhalt. Entscheidend ist etwas anderes. Es geht um die Frage, welche Reichweite hat Meinungsfreiheit in diesem Land und in dieser Gesellschaft. Ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Meinungsfreiheit schlichtweg konstituierend für eine freiheitliche demokratische Gesellschaft ist und dass ohne Meinungs- und Pressefreiheit Demokratie nicht möglich ist. Wenn Sie also sagen, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordern solle, eine einzelne Meinungsäußerung zu missbilligen, dann hat das noch eine ganz andere Note, nämlich eine, wo Sie sich ebenfalls außerhalb des Verfassungsbogens bewegen. Es ist nicht Aufgabe, staatliche Organe, Meinungen zu kommentieren, zu bewerten oder gar zu zensieren. Kollege Ullrich, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Nein, alles gesagt. Wer als Journalist oder als jemand, der eine Meinung tätigt, gegen die Rechte Andere verstößt, der wird von den Gerichten, wenn er die Meinungsfreiheit überschreitet, auch entsprechend verfolgt. Beleidigungen und Volksverhetzungen sind in diesem Land zu Recht strafbar. Und das sollten auch einige von Ihnen bitte zur Kenntnis nehmen. Aber es ist nicht unser Konzept eines freiheitlichen Staates, dass wir Vorschriften machen, wie jemand zu denken und zu reden hat. Und wer das möchte, der findet sich in einem anderen Staat wieder, in einem Staat ohne Meinungsfreiheit, in einem Staat ohne Demokratie, sondern in einem autoritären Gemeinwesen, in einem Gemeinwesen, in dem die freie Rede, in dem das Miteinander und am Ende des Tages auch die Demokratie gefährdet sind. Deswegen sage ich Ihnen ehrlich, wehret den Anfängen. Ein solcher Antrag ist verfassungsfeindlich. Und das bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen. Deswegen lehnen wir ihn ab. Applaus Ich